Hallo liebe Freunde des Rechts, was kann man eigentlich gegen Telegram tun, wenn sie nicht bereit sind zu kooperieren? Jetzt möchte die neue Innenministerin Druck ausüben und anscheinend ist die Regierung aufgewacht und hat festgestellt, dass es neben Facebook, Twitter und YouTube eben auch Telegram gibt und dass dort rechtswidrige Inhalte verbreitet werden. Das ist natürlich nicht neu, das wissen wir schon lange. Was wir allerdings auch schon lange wissen ist, dass die ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeblich haben. Jedenfalls steht das so im Impressum drin, in Wirklichkeit sitzen sie vielleicht ganz woanders und dass sie auf die freundlichen Anfragen der Bußgeldbehörden, der Bundesagentur, des Bundesamtes für Justiz nicht reagieren. Und jetzt ist die Frage, was kann man denn eigentlich machen? Manche Leute würden sagen, gegen Telegram kann man nichts machen, weil sie sind ja schließlich im Ausland. Aber das hatte man auch bei Facebook gesagt, gegen Facebook kann man nichts tun, die haben das Hausrecht und die sitzen schließlich in Amerika und die lachen sich tot. Gut, dann kam aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und man hat zumindest die Möglichkeit gehabt, ein wenig zu regulieren, auch wenn wir dort die Möglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft haben. Rechtswidrige Inhalte auf Telegram, welche auch immer das sein mögen, von Morddrohungen bis über Pornografie oder Mordaufrufe, Doxing, was das StGB hergibt, man findet es auf Telegram und Telegram ist nicht bereit, diese Sachen zu löschen. Oder etwa doch? Nun, die Möglichkeiten, Telegram zu regulieren, sind vielleicht nicht so konventionell, wie man es bei Facebook, Twitter und YouTube hatte, sondern man muss vielleicht ein wenig über Helfer und Gehilfen vorgehen. So hat es beispielsweise Google geschafft, mit einer einfachen Androhung Telegram dazu zu bringen, die Kanäle von Hildmann zumindest aus der Version auszublenden, die über den Playstore verbreitet wurde. Und da sieht man mal, wie so etwas funktionieren konnte. Google hatte also gesagt, die in Playstore bereitgestellte Version von der Telegram-App darf nicht mehr gelistet werden, wenn darunter noch die Hildmann-Kanäle abrufbar sind. Das heißt, man hat es anscheinend geschafft, Google in die Verantwortung zu nehmen. Das könnte man hier natürlich genauso machen, so sagen, Google entlistet bitte Telegram aus dem Playstore. Jetzt werden einige Leute sagen, ja, das hilft doch überhaupt kein, gar nichts, weil auf einem Android-Gerät kann man ja auch andere Quellen-Apps installieren. Man kann außerdem auch über andere Handys oder andere Betriebssysteme oder den Webbrowser genauso auf Telegram zugreifen. Ja, stimmt. Aber wenn ich es schaffen würde, Telegram aus dem Android-Playstore zu entfernen, wäre schon mal eine ziemlich große Menge der User entfernt. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Apple App Store, wo man genauso Apple in die Haftung nehmen könnte und zu sagen, lieber Apple, hiermit hast du Kenntnis dafür, dass über die App, die über deine Store verbreitet wird, rechtswidrige Inhalte transportiert werden. Damit bist du Störer und somit auch in einer Haftung, wenn du diese Möglichkeit weiterhin anbietest. Kann man machen, wenn man wollte. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten und da kommen wir zu dem Wort, was ganz viele Netzaktivisten sofort mit Pickeln kommentieren und Ausschlag Netz sperren. Netz sperren, das hatten wir schon mal. Wir erinnern uns, Ursula von der Leyen hatte einmal den Vorstoß gewagt, vor vielen Jahren Netz sperren durch ein Gesetz zu installieren für Kinderpornos oder gegen Kinderpornos. Netz sperren funktionieren über Domain-Name-Server-Dienste. Das bedeutet also, wenn ich eine Seite habe, wie zum Beispiel jetzt hier spiegel.de, dann kann ich mir spiegel.de merken. Ich brauche aber einen Domain-Name-Server, der die IP-Adresse des entsprechenden Servers auflöst. Und wenn ich jetzt sage, in den DNS-Servern darf Spiegel nicht mehr aufgelöst werden zu einer IP-Adresse, sondern führt einfach auf eine Seite mit einem Stoppschild, dann kann das ein gewisser Hinderungsgrund sein, um auf die Seite zuzukommen. Das war nicht besonders erfolgreich damals, als von der Leyen es versucht hatte. Es war auch nicht besonders beliebt und deswegen haben alle Politiker erstmal die Finger davon gelassen. Aber es gibt in Nordrhein-Westfalen Bestrebungen, gegen X-Hamster zum Beispiel vorzugehen, ebenfalls über Provider und zu erreichen, dass die also den Internet-Traffic nicht mehr zu solchen Pornoseiten weiterleiten. Wäre also möglich, ist aber eine neue Qualität. Und da haben sich bisher Politiker nicht herangetraut. Jetzt haben wir eine neue Innenministerin, wir haben auch einen neuen Justizminister. Durchaus möglich, dass die mal neue Wege begehen. Es ist jedenfalls nicht so, dass man überhaupt nichts unternehmen könnte. In diesem Sinne, bleibt gesund. Dann sch hospedaierte mir vom Wind! als hat es unter diesem Punkt, Vielen Dank.